Mitten im idyllischen Wilpolsried im Allgäu, die Sonnen GmbH. Ein Unternehmen, das seit 2010 an seiner Vision arbeitet. Saubere Energie, die für jeden bezahlbar ist, durch die Kraft der Sonne. Als Energiequelle hat die Sonne jedoch einen Nachteil. Sie geht jeden Tag unter und ist daher keine dauerhafte Energiequelle. Der Stromverbrauch sinkt am Vormittag, wenn die Familie das Haus verlässt. Sobald die Familienmitglieder nachmittags zurückkommen, steigt er wieder. Seine Spitze erreicht der Verbrauch aber am frühen Abend. Wer eine Solaranlage besitzt, wird also feststellen, dass die Sonne den meisten Strom erzeugt, wenn er gar nicht benötigt wird. Denn Leistungsspitze der Erzeugung ist am Mittag, der größte Verbrauch aber am Abend. Stromerzeugung und Stromverbrauch passen also oft nicht zusammen. Hier kommt die Sonnenbatterie zum Einsatz. Um Solarkraft effizient zu nutzen, hat die Sonnen GmbH einen ganz besonderen Speicher entwickelt. Die moderne Formgebung hat sogar einen Design Award erhalten. Für die Sonnenbatterie wird die sicherste und langlebigste Technologie verbaut. Die Lithium-Eisenphosphat-Module enthalten im Vergleich zu anderen Batterietechnologien keine giftigen Schwermetalle wie Nickel, Mangan und Kobalt. Das macht sie zwar etwas schwerer als zum Beispiel im Automotive-Bereich, aber besonders sicher. Neben der höheren Sicherheit ist sie auch langlebiger. Sie können bei einer Sonnenbatterie mit einer Lebensdauer zwischen 15 und 20 Jahren rechnen. Informieren Sie sich jetzt unter sonnen.de slash regio.tv Die Vorteile von Lithium-Eisenphosphat-Batterien sind eindeutig. Sie sind sicherer und langlebiger. In Wildpolsried befinden sich auch die Entwicklung und die Produktion der Sonnenbatterie, Deutschlands marktführendem Lithium-Speichersystem. Für die aktuelle Gerätegeneration werden rund 200 einzelne Teile verbaut. Nach der Montage gelangen die Geräte in die 0%-Fehlerzone zur Endprüfung. Produziert und getestet wird alles hier. Made in Germany. Sonnen ist sich sicher. Ihre Batterie ist qualitativ hochwertig. Deshalb erhält der Speicherbesitzer eine Vollgarantie auf das Komplettsystem. Das heißt volle 10 Jahre Garantie mit bis zu 10.000 Ladezyklen. Wir begleiten heute den Weg der Batterie von der Fertigung bis zum Endkunden. Familie Reichmann wohnt in Tettnang und hat sich für eine Sonnenbatterie entschieden. Die Installationen werden von über 600 qualifizierten Fachpartnern in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgeführt. Die heutige Montage der kompletten Anlage übernimmt die Firma Energetikum Energiesysteme GmbH. Zuerst wird die Photovoltaikanlage auf dem Dach montiert. Wir montieren momentan die Unterkonstruktion der Photovoltaikanlage. Man sieht hier, dass wir Blechplatten verwenden, um diesen Druck von dem Haken in höheren Schneedachzonen einfach abzufangen. Die Haken werden dazu verwendet, um die Schienen zu befestigen. Und darauf wiederum kommen die Module und werden nachher auch gelegt. Das System läuft vollautomatisch. Das heißt, wenn der Überschuss da ist, wird die Energie in den Batteriespeiern gespeichert. Und sobald Energie benötigt wird, wird es automatisch wieder entleert. Die Voraussetzungen für die Sonnenflat ist eine bestimmte Größe der Photovoltaikanlage und eine bestimmte Größe von einem Batteriespeier an Kapazität der Kilowattstunden. In diesem Fall hat der Kunde eine 10 Kilowattstunden und kann somit 6.750 Kilowattstunden von der Flat beziehen. Und das spielt überhaupt keine Rolle, wo der Strom herkommt, vom Dach, von der Batterie oder vom Netz. Er bekommt die 6.750 Kilowattstunden über das ganze Jahr verteilt für 19.90 im Monat. Parallel arbeiten die Monteure an der Installation im Keller. Das kompakte, direkt anschlussfähige Gehäuse vereint eine hochwertige Batterie, den notwendigen Wechselrichter, die Messtechnik und die intelligente Software. Wir bekommen heute unsere Sonnenbatterie in Verbindung mit einer PV-Anlage, um größtmöglichste Unabhängigkeit gegenüber den Energieversorgern zu erlangen. Wir wollen uns zukünftig zum großen Teil zumindest selbst versorgen. In Verbindung mit der Sonnenflat ist der Strom aus der Community umsonst. Herr Reichmann verrät mir, dass nicht nur das Design, die Sicherheit und Unabhängigkeit zu den großen Stromanbietern ausschlaggebend für den Kauf war. Ich habe mir die Wirtschaftlichkeit dieser Lösung sehr genau ausgerechnet. Ich habe zuerst angefangen, eine PV-Anlage, dann eine PV-Anlage mit Speicher zu berechnen. Bis hin jetzt zu dieser Lösung eine PV-Anlage mit Speicher und dazugehörigen Sonnenflat. Das Ergebnis meiner Hochrechnung hat ergeben, dass sich die Sonnenbatterie in zehn Jahren amortisiert hat. Neben der Sonnenbatterie und der Community ist auch die Sonnenflat ein wichtiger Bestandteil des Gesamtkonzeptes für Familie Reichmann. Den größten Teil des jährlichen Strombedarfs deckt die eigene Photovoltaikanlage in Verbindung mit der Sonnenbatterie ab. Den Reststrom, der zum Beispiel in den Wintermonaten nicht selbst produziert werden kann, bekommt Familie Reichmann kostenlos mit dem Sonnenflat-Tarif. Im Gegenzug dafür ist Ihre Batterie Teil eines virtuellen Kraftwerks und hilft dabei sogar, das Stromnetz in Deutschland zu stabilisieren. Eine bestehende Photovoltaikanlage ist jederzeit mit einem Energiespeicher nachrüstbar, selbst wenn sich die Anforderungen an das Speichersystem erhöhen. Wenn die Familie wächst, steigen auch die Stromanforderungen des Haushalts. Denn die Sonnenbatterie ist modular aufgebaut und kann jederzeit in zwei beziehungsweise 2,5 Kilowattstunden Schritten erweitert werden. Wir besuchen Familie Müller in Kisleck, die vor drei Jahren ihre bestehende Photovoltaikanlage mit einer Sonnenbatterie ergänzte. Wir sind seit 2016 die stolzen Besitzer einer Sonnenbatterie. Wir haben die Photovoltaikanlage schon länger auf dem Dach gehabt und mein Ziel war es, oder mein Wunsch war es, so viel wie möglich von dieser Photovoltaikanlage den Strom, den sie produziert, mitzunehmen. Und da war für mich ein Elektro- und Energiespeicher der nächste logische Schritt. Ich bin voll zufrieden, also wir sind so zufrieden, dass wir vor kurzem den Speicher sogar erweitert haben. Und ich führe immer so Statistiken. Da kann ich ganz klar sagen, nicht ganz drei Viertel, aber fast drei Viertel von unserem Strom können wir selber produzieren und über den Speicher dann nutzen. Um den Energieverbrauch des selbst erzeugten Solarstroms noch weiter zu optimieren, verfügt die Sonnenbatterie über einen integrierten, intelligenten Energiemanager. Damit wird das gesamte Zuhause Smart Home Ready. Steht zum Beispiel Solarstrom zur Verfügung, der gerade nicht benötigt wird, kann die Sonnenbatterie automatisch bis zu drei zusätzliche Geräte über Funksteckdosen ansteuern und einschalten. Neben dieser automatischen Steuerung lassen sich elektrische Geräte auch manuell über die Sonnen-App aktivieren. Das Besondere an dem Stromspeicher ist, dass genau nachvollziehbar ist, wohin der von der Sonne erzeugte Strom fließt. Da gibt es von Sonne eine App. Ich habe es jetzt hier auf dem Tablet. Da kann ich alles aufrufen. Ich kriege die ganzen Daten zu sehen. Und hier anhand der Grafik kann ich dann sofort ablesen, wie viel Strom liefert meine PV-Anlage im Moment, wie hoch ist mein Verbrauch, also es ist eine Just-in-Time-Anzeige, sozusagen sekundengenau, wann wird meine Sonnenbatterie geladen oder wann kommt Strom aus der Sonnenbatterie in mein Haus rein. Die App kommuniziert mit der Batterie. So können alle Werte abgerufen werden. Wie viel Energie wird gerade produziert, verbraucht oder gespeichert? Aufbereitete Echtzeitdiagramme zeigen übersichtlich den aktuellen Status an. Die Daten können aber auch über das integrierte Touch-Display oder über das Online-Portal am PC abgerufen werden. Also ich finde die Sonnenbatterie in der Bedienung sehr komfortabel. Ich muss nichts einstellen. Ich kann über die App alle Daten abrufen, aber Wartung oder Einstellungsarbeiten habe ich überhaupt keine. Wir haben vier Jahre die Photovoltaikanlage genutzt, eben immer mit diesem Blick nach draußen und haben jetzt 2016 den Speicher dazu gekauft. Also für uns ist das ein sehr beruhigendes Gefühl, jederzeit Strom aus dem Speicher nutzen zu können und nicht nur abhängig von der Sonneneinstrahlung draußen zu sein. Und ein weiterer Aspekt ist, dass wir sehr froh sind, dass wir damit mit unserer Sonnenbatterie unabhängig von großen Energiekonzernen werden können. Gerade der Gedanke der Community, meinen Strom, den ich als Überschuss habe, mit anderen Gleichgesinnten zu teilen, der hat mich damals dann auch dazu bewegt, eine Sonnenbatterie zu kaufen. Wir sind jetzt hier bei uns unten im Keller und hier sehen Sie die Sonnenbatterie. Sehr schlanker, schmaler Kasten, vom Design ansprechend, also Sie brauchen wenig Platz. Sie brauchen dann noch eine Anbindung ins Internet und einen Stromkasten, der ja normalerweise in jedem Haus verbaut ist. Doch was hat es neben der Technologie des einzelnen Speichers mit der sogenannten Sonnencommunity auf sich? Mitglieder, die Strom aus der Sonnencommunity beziehen, versorgen sich gegenseitig mit dem überschüssig produzierten Solarstrom vom Dach. Außerdem erhalten alle Mitglieder, die ihre Sonnenbatterie dem öffentlichen Stromnetz als Pufferspeicher zur Verfügung stellen, im Gegenzug dauerhaften, kostenfreien Strom zur Deckung des Eigenbedarfs. Die Sonnencommunity bietet also verschiedene Nutzungsmöglichkeiten der Sonnenbatterie, die dem Besitzer zusätzliche Einnahmen verschaffen. Gleichzeitig leistet sie einen wichtigen Beitrag zur Entlastung der Stromnetze. Die Sonnencommunity steht allen offen, auch denen, die in ihrer Wohnung keinen eigenen Strom produzieren können, aber einen fairen Strompreis aus regionaler Produktion suchen. Die Vision von Sonnen ist, saubere und bezahlbare Energie für alle anzubieten. Wir haben für unsere Kunden mit der Sonnencommunity ein Modell geschaffen, bei der sie sich eben nicht nur mit ihrer eigenen PV-Anlage und dem Sonnenbatteriespeicher unabhängig machen können, sondern auch Teil des Energiesystems werden können. Praktisch sieht das so aus. Übersteigt der Energiebedarf eines Mitglieds im regnerischen Flensburg seine eigene Reserve, hilft die Sonnencommunity automatisch aus dem sonnigen München aus. Die Mitglieder teilen nicht benötigte Energie online miteinander. Dadurch entsteht eine echte Unabhängigkeit von bisherigen Stromanbietern. Sowohl die Sonnencommunity als auch die Sonnenbatterie ist weltweit vertreten. Wir produzieren Sonnenbatterien in den USA, an einem Standort in Georgia, in Atlanta. Wir produzieren die Sonnenbatterie für Australien in Adelaide. Und für den europäischen Markt produzieren wir hier am Standort in Wilkholzried. Wir bringen somit unsere Lösungen in die Welt hinaus und versuchen auch dort überall mit der Sonnencommunity das Energiesystem der Zukunft zu gestalten. Sonnen ist mit seinen Lösungen der Sonnenbatterie und der Sonnencommunity ein sehr innovatives Unternehmen im Energiemarkt. Wir wurden in den letzten Jahren auch mit diversen Preisen ausgezeichnet. So haben wir den SAIT Future Energy Award gewonnen. Wir wurden vom MIT unter die Top 50 innovativsten Unternehmen weltweit, unter anderem mit Tesla und anderen Energieplayern gewählt. Und ganz kürzlich hat uns das Wirtschaftsmagazin Brand 1 zum Innovator des Jahres gekürt. Darauf sind wir natürlich sehr stolz. Und unsere Kunden können natürlich genauso stolz sein, weil sie eigentlich die Sonnencommunity und diese Innovation erst wirklich zum Leben erwecken. Das volle Potenzial einer einzelnen Sonnenbatterie liegt daher in der intelligenten Vernetzung. Es entsteht ein riesiger Batteriepool, der Energiemengen in Deutschlands Stromnetzen puffern kann. Innerhalb der Sonnencommunity werden die Anlagen, die Sonnenbatterien unserer Kunden digital vernetzt. Das heißt, sie sind verbunden mit unserem System auch und wir bauen eine virtuelle Stromleitung von Norden nach Süden. Das heißt, wir nutzen für den Stromtransport nicht wirklich das Netz, sondern wir nehmen überschüssigen Strom im Norden in die Batterien unserer Kunden auf und entladen zur gleichen Zeit Batterien im Süden, um eben gerade diese Transportengpässe von Nord nach Süd zu umgehen und bauen somit eine virtuelle Stromleitung. All das ist möglich eben durch diesen virtuellen Großspeicher, an dem unsere Kunden teilnehmen, der im Prinzip eine große Batterie formt, aber mit dem sehr großen Vorteil, dass er über ganz Deutschland verteilt ist. Zur Sonnencommunity gehören aber auch Betreiber von anderen dezentralen Erzeugungsanlagen. Dazu zählen unter anderem Windräder und kleine Biogasanlagen. Dieser Energiemix stellt sicher, dass auch in längeren Schlechtwetterphasen oder bei einer hohen Nachfrage ausreichend Energie für alle Mitglieder zur Verfügung steht. Sonnen ist mit dem intelligenten Batteriespeicher Marktführer und eines der schnellst wachsenden Technologieunternehmen in Deutschland. Mit einem Sonnenbatteriespeicher werden Sie unabhängig von großen Stromanbietern und Teil der größten Stromsharing-Plattform weltweit. Mit der Sonnenbatterie produzieren und speichern Sie Ihren Strom selbst, sauber, wirtschaftlich und nehmen die grüne Energiewende, selbst in die Hand. Rufen Sie jetzt an und bestellen Sie sich Ihre Sonnenbatterie unter 08304 929 2001. Sonnen. Energy is yours.